Ein schrecklicher Einzelfall in Niedersachsen, in Cuxhaven speziell, hat stattgefunden an einer Schule. Eine Jugendliche hat eine andere Jugendliche wiederum angegriffen mit einem Messer. Ihr habt richtig gehört. Die Betroffene ist zum Glück nicht in Lebensgefahr, wurde aber ins Krankenhaus gebracht und wird dort jetzt ärztlich versorgt. Wir gucken uns den Fall und die Situation ganz genau an. Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du neu bist, jetzt ein Abo dalassen. Und wir wissen noch nicht so viel, sage ich direkt dazu, weil das Ganze jetzt gerade hier durch die verschiedenen Live-Ticker kommt. Um 10.30 Uhr heute Morgen gab es bereits eine Polizeimeldung dazu. Allerdings noch nichts Neueres. Hier heißt es nämlich, es wird nachberichtet noch. Also, Polizei Cuxhaven. Größerer Polizeieinsatz an der Schule in Cuxhaven, Lüding-Wort. Lage ist sicher, heißt es hier. Also, auch für Eltern, die jetzt hier Videos dazu gucken, ihr braucht keine Sorge haben. Offensichtlich ist die Lage, wie es polizeilich heißt, bereinigt worden. Aus der Grund- und Hauptschule in Cuxhaven-Lüding-Wort ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jugendlichen Schülerinnen gekommen. In der Folge wurde eine Schülerin mit einem Messer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei, Rettungskräfte sowie weitere Kräfte sind vor Ort. Es handelt sich um keine Amoklage, so heißt es hier. Die Lage ist sicher, es besteht keine Gefahr für andere Personen. Bitte informieren Sie besorgte Eltern, dass kein Grund besteht, zur Schule zu fahren, heißt es hier. Dementsprechend diesem Benachrichtigungsauftrag, den ich hier mit meinem Kanal meiner Meinung nach auch habe, gebe ich jetzt nach. Mittlerweile sehen wir das. Es wird jetzt hier per Bild und anderen darüber berichtet. Ich aktualisiere nochmal, ob wir hier neuere Informationen bekommen, aber es sieht nicht danach aus. Wir sehen aber hier auch von der Polizei in Cuxhaven per Ex gepostet, einmal dieses hier an einer Schule und so weiter Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen gekommen. In deren Folge ist eine Schülerin schwer, wenn ich hier lebensgefährlich verletze, also der gleiche Wortlaut sogar. Genauso wie auch hier bei dem zweiten Part. Wir sehen das Ganze ebenfalls auch bei der Welt berichtet. Und jetzt muss man natürlich über diese Situation sprechen. Wir wissen weder, wer die Täter sind, wir wissen keine Namen etc. Es wucht sich bestimmt um einen schrecklichen Einzelverhalten. Wir kennen das ja mittlerweile. Aber gerade in Niedersachsen ist mir eine Statistik nochmal in Erinnerung gekommen, die ich auch in einem meiner letzteren Videos schon mal angesprochen hatte. Wir sehen das nämlich hier bei Statista. Anteil der Jugendlichen in Niedersachsen, die im Zeitraum von 2013 bis 2017, also schon über sechs Jahre her, die letzte Erhebung hier von 2017, in der Schule, in der Freizeit in Messer mit sich führen. Und das ist doch wirklich krass. Also ich habe das auch in meinem anderen Video schon mal erwähnt. Ich wäre als Schüler im Traum nicht darauf gekommen, ein Messer in die Schule mitzunehmen. Warum denn? Da habe ich gar kein Verlangen nach gehabt. Ihr könnt das ja mal für euch gerne in die Kommentare reinschreiben. Im Gegenteil, ich hätte viel zu viel Angst gehabt, dass ein Lehrer mir das womöglich wegnimmt und dann wäre mein schönes Taschenmesser, womit ich auch im Wald mal war und Baumhäuser gebaut habe und dann mal irgendwie so was geschnitzt und gemacht habe, dass mir das weggenommen wird. Dieses Risiko wäre ich doch nie eingegangen. Aber offensichtlich scheint das heutzutage anders zu sein, weil wenn wir uns diese Statistik nämlich von 2013 nochmal, ist ja schon alt, ich wette, dass die, wenn es dazu mal eine neue geben sollte, wäre ja mal interessant, dass da mal was Neues kommt. Aber hier geht diese Statistik, diese Kurve nämlich deutlich nach oben, zumindest bei dem Freizeitbereich ganz gravierend, hier von 16,8 Prozent 2013 auf 17,9 Prozent 2015 und dann nochmal ein ordentlicher Sprung auf 20,8 Prozent der befragten Jugendlichen, die sagen, jo, in der Freizeit habe ich was dabei. Aber auch in der Schule, in der Schule 5,1 Prozent, heißt von 100 Schülern haben 5 wirklich was dabei. Das ist doch erschreckend. 5,6 Prozent waren es dann schon 2015 und 2017 ist das Ganze nochmal drastisch nach oben gegangen, auf 7,3 Prozent schon. Das macht mir Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sollte doch auch jeden Lehrer und natürlich auch jeden Schüler irgendwie in einer gewissen Art und Seite ein bisschen besorgt machen über die Situation. Und das sind ja auch nur die befragten Schüler, kann man natürlich sagen, ja, Statistik glaubt keiner, die selbst gefällt, statt und so weiter. Auf der anderen Seite, ich glaube, die Ziffer wird noch viel höher sein, gerade in der Schule, weil aktuell, sechs Jahre später. Und zweitens natürlich, dass viele Schüler bei so einer Umfrage dann sagen, nee, das sag ich jetzt lieber nicht. Nö, ich hab nichts dabei. Ich glaube, diese Zahl ist ebenfalls ganz, ganz hoch. Und wenn wir uns dazu dann noch eine weitere interessante Statistik bei Statista angucken, gab es an ihrer Schule in den letzten fünf Jahren Fälle, in denen Lehrkräfte folgende Formen der Gewalt oder Diffamierung erlitten haben. Gab es nämlich hier eine Befragung. Und dann sehen wir hier blau, direkt beschimpft, bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt worden, über das Internet diffamiert, belästigt, bedrängt, bedroht oder genötigt worden, körperlich angegriffen worden auf Lehrkräfte. Nochmal. Das muss man sich mal reinziehen. Also für mich, in meiner Leichtsinnigkeit der 80er und 90er Jahre, in denen ich aufgewachsen bin, war ein Lehrer eine Respektsperson. Und da wäre ich im Traum nicht drauf gekommen, irgendwas zu machen. Und ich hab ja über die letzten Wochen jetzt zahlreiche solcher Fälle hier ja drüber berichtet. So zum Beispiel über die Situation in Hamburg, dass da die Gewalt maximal eskaliert ist, als da auch Jugendliche hingegangen sind und haben mit einer Spielzeugpolistole so getan, als wäre es eine echte und haben sich eingesperrt mit den anderen Leuten in der Klasse, mit den Mitschülern und die Lehrerin bedroht. Absoluter Wahnsinn. Oder in, war es in Baden-Württemberg, in Baden-Baden, als jemand hier einen Schuss reinbekommen hat. Richtig, in den Kopf. Absolut unvorstellbar. Und ich sag es immer, diese Hemmschwelle der Gewalt ist so weit nach unten gegangen, in der Parallelgesellschaft offensichtlich. Das macht mir wirklich ganz, ganz große Sorgen, wenn man sich das überlegt. Und dann sehen wir hier nochmal diese Umfrage bezogen auf die Lehrer. Guckt euch das mal an. Insgesamt gucken wir uns jetzt an. Auf die Schulen einzeln brauchen wir gar nicht eingehen. 61% sind direkt beschimpft, bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt worden. Wiederum 32% über das Internet diffamiert, belästigt oder sonst was morgen. Wie auch immer das aussehen mag. Vielleicht per Facebook eine böse Nachricht geschickt, ein TikTok über die Person gemacht. Da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten. Aber alleine 34% und das ist höher als über das Internet. Also die reale Gewalt vor Ort im wirklichen Leben ist noch höher bei 34%. Was ist denn das für eine Verrohung dieser Gesellschaft, die hier gerade passiert? Das ist ja so erschreckend wie abstoßend, wie ich finde. Und dazu passt ja auch die Situation mit den 49, nochmal, 49 Verletzten bei der Schule in Berlin-Neukölln, wo es eine Massenschlägerei gegeben hat, die wirklich komplett eskaliert ist, dass Lehrer involviert waren, dass ein Lehrer einen Faustschlag von jemandem mitten ins Gesicht bekommen hat, dass die Rektorin dieser Schule wiederum eine Verletzung an der Hand hatte. Zuerst hieß es ja, dass Handgelenk gebrochen hatte, nachher hieß es, hat den Finger gebrochen. Ja gut, ist ja nicht so schlimm, ist ja nur ein Finger, hat ja noch neun andere. Nein Leute, das was hier mittlerweile los ist, funktioniert so einfach nicht mehr. Und hier muss unser Staat mit jeder Möglichkeit des Gesetzes endlich gegen vorgehen und was tun, damit das nicht noch weiter ausufert, da bin ich mir sicher. Denn schreibt jetzt eure Meinung unten rein, was haltet ihr davon? Abonniert den Kanal, bis zum nächsten und ciao.